Die Rundmode abzüttelt die Rundkommattung für einen Inhaltsfäder, aber die Endnode kommt 6,5. Nun in der Bahn, Berike Bönchner von der Putschablinie Eifern-Kalter von ihrem zweiten Pferd, 7242, Carolina, 5-jähriges Oligoer-Sportpferd, Abstand von Karin Wachmuthi. Jetzt reitet es ja doch rechts rum. Die Rundmode abzüttelt die Rundmode abzüttelt. Die Rundmode abzüttelt die Rundmode abzüttelt.